Der Komponist Boris Blacher, der Regisseur Gustav Rudolf Sellner und der Dirigent Reinhard Peters während einer der letzten Proben zu Blachers neuem Werk, Zwischenfälle bei einer Notlandung in der Hamburgischen Staatsoper. Eine Reportage für Elektronik, Instrumente und Sänger. Boris Blacher sagte uns, ich habe versucht, die konventionellen Mittel der Musik mit denen der Elektronik zu verbinden. Der Autor der Reportage, Heinz von Kramer. Es ist also eine Reisegesellschaft, die diesen Flugzeugabsturz und die Notlandung überlebt hat und sie befinden sich in einer Wildnis, eigentlich sich selber ausgeliefert und die folgenden Stationen sind eigentlich nichts weiter als Sinnbilder ihrer zunehmenden Ängste und Zwangsvorstellungen, eine Verdichtung sozusagen dieser Grundsituation. Ein Wissenschaftler hält die Reisegesellschaft gefangen. Er demonstriert die Macht seiner computerähnlichen Maschine an Lebewesen. Sie reagieren auf optische und akustische Impulse, also auf Licht und Klanschen. Schauen Sie gut hin. Schauen Sie gut hin, meine Damen und Herren. Mein Kommando lautet Kollision, höher, abstruzend. Sie werden nicht aber weich zurück. Ich kann ihn nicht zwingen. Ich kann ihn nicht zwingen. Vor der Uraufführung Sellners letzte Regieanweisungen für die Gegenüberstellung Mensch und Maschine. Vielleicht der Blick in eine erschreckende Zukunft, in der der Mensch zum willenlosen, lenkbaren Werkzeug wird. Mein Befehl, Kollision. Sehen Sie? Sie kollidieren, Sie kollidieren. Sie kollidieren. Und Sie? Keine Angst. Angst beginnt, wo das Denkvermögen aufhört. Das bedeutet Diktat der Maschine. Merkwürdig, ich hatte Ihnen zeigen wollen, wie überliegende Mensch der Maschine ist.